Die Waterdrops von NOCH sind das ideale Material für die Nachbildung von stehenden und fließenden Gewässern im Modell. Die Waterdrops gibt es in drei verschiedenen Versionen. Transparent, Colour und Waterdrops Easy im Kunststoffbecher. Die Waterdrops-Packung enthält alles, was Sie benötigen, um flüssige Gewässermasse anzumischen. Einen Weichmacher, die transparenten Waterdrops und die Bedienungsanleitung. In der Colour-Version finden Sie zusätzlich drei verschiedene Farbgranulate. Untertitelung des ZDF für funk, 2017